Hallo meine lieben Kreativen, heute möchte ich meinen Kreativpreis vergeben. Erst einmal möchte ich mich sehr herzlich bei euch allen für eure wunderschönen Contestbeiträge bedanken. Ich hatte viel Spaß und Freude beim Ansehen eurer Videos. Ich finde alle hätten diesen Preis verdient, denn ihr seid alle super kreativ. Aber es kann nur einen Kreativpreisgewinner geben. Der Beitrag des Gewinners hat mir am besten gefallen, weil ich die Idee und die Umsetzung toll fand und es echt spannende Minuten waren. Herzlichen Glückwunsch, liebe Sunder Teddy. Herzlichen Glückwunsch und das ist dein Preis. So ihr lieben Kreativen, jetzt werde ich den Lospreisgewinner ermitteln. Dazu habe ich mir eine Assistentin eingeladen, meine Tochter Gabriele. Sie wird die Glücksvieh sein, die das loszieht. Hallo ihr Lieben. Ich bin auch da. Ja, aber ohne Flügel. Ohne Flügel. Ich schiebe dann schon mal die los. Doch sie, nein. Kann man sie sehen? Ja, wahrscheinlich. Doch, doch, ja, jetzt gucke ich rein. Selbstverständlich. Oh, so eine schöne Box mit Punkten. Schüttel mal. Ich soll schütteln? Ja, fällt etwas drin. Ich höre auf die Anweisung. Und dann? Sagst du Stopp? Ja, dann mach mal. Okay, ich schüttel mal. Ja, schüttel, schüttel. Schüttel, schüttel. Okay, ich schüttel. Stopp, 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 stopp. Stopp, reicht schon? Ja, rein. Einmal noch. Ja, nein, läuft noch. Okay. Jetzt öffne mal. Und jetzt darf ich aufmachen? Das ist die Lose. Oh, schön. Oh Gott. So, dann greif ich mal rein, ne? Ich mach die Augen zu. Ja, mach mal Augen zu. Und dann? Sagst du doch irgendwann Stopp wieder? Ja, ja, mach mal. Na, sag mal Stopp. Stopp. Dann schauen wir mal, wer es ist. Guck mal bitte nochmal in die Kamera, ob ich das richtig halte. Ja, mache ich. Ich gucke erstmal. Und es ist, und es ist. Oh, ich sehe schon was. Oh, ich sehe schon was. Oh, ich sehe schon was. Oh, Rainbow Sunny 1. Oh, herzlich mit Wunsch. Herzlich mit Wunsch. Dankeschön. Dankeschön. Wir gratulieren zum Lospreis. Genau. Und das hast du gewonnen. Und zum Schluss kann ich dir, liebe Tina Zimo, dir liebe kleine Eule, dir liebe Nina Zimo, dir liebe Zemi Film, dir liebe Kreativ Nadine K, dir liebe Mia Tatelette, dir liebe Fiona Zimo, dir liebe Schamballon, dir liebe Törte Gemara, dir liebe Nadia Arz und dir liebe Mareike Cookie. Eine gute Nachricht überbringen, denn ihr habt alle einen Überraschungspreis gewonnen. Und zwar diesen hier. Und zwar dennoch. Und zwar dennoch. Und zwar dennoch. Wir sehen uns bei dem nächsten Mal. Und zwar dennoch. Und zwar dennoch. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich wünsche euch viel Spaß damit! Bis bald, meine lieben Kreativen!